Ein Ford Transit System steht hier zum Verkauf. 9 Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen den Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 L